Wussten Sie, dass der Teufel Gott gehorcht? Vielleicht haben Sie noch nie darüber nachgedacht. Aber Gott ist mächtiger als der Teufel. Wenn Gott also etwas befiehlt, muss Satan sich fügen. Als Gott Israeliten aus Ägypten befreien wollte, weigerte sich der Pharao wiederholt. Doch Gott belegte ihn mit so vielen schrecklichen Flüchen, dass er es schließlich einlenkte. Das können Sie in 2. Mose 12, 29-32 schließen. Der Pharao war ein Sinnbild des Teufels. Im Buch Hiob trat der Satan vor Gott, um diesen gerechten Mann anzuklagen. Hiob 1, Vers 6-8 In Vers 10 lesen wir, hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt, fauchte der Teufel gegen Gott. Der Teufel wollte Hiob zu Fall bringen, aber er konnte die Grenzen, die Gott gezogen hatte, nicht überschreiten. Gott sagte zu Satan, tu, was du willst, aber tu Hiob selbst nichts an, Vers 12. Gott beschloss, diese Grenze neu zu ziehen, um Hiob zu prüfen und seinen Charakter zu schulen. Satan zerstörte fast alles, was Hiob besaß, aber überschritt die Grenze nicht, Vers 13-22. Dann bedrängte er Gott, weil er noch härter angreifen wollte. Gott antwortete, siehe, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Hiob 2, Vers 6 Er ist nicht in der Lage, sich seinem Schöpfer zu widersetzen. In Matthäus 4, 10-11 befahl Jesus Christus weg mit dir, Satan, und der Teufel ging. In Offenbarung 12, 9-12 wirft Gott Satan und seine Dämonen aus dem Himmel. Er verbande sie auf die Erde, und sie fügten sich. Der Teufel gehorcht Gott, und er hasst Gott abgrundtief. Leider ist zwanghafter Gehorsam, keine Seltenheit. Viele Menschen würden Verbrechen begehen, wenn sie wüssten, dass sie nicht erwischt werden. In der heutigen Gesellschaft nutzen immer mehr Menschen die Schwäche der Strafverfolgungsbehörden aus, indem sie Vandalismus, Diebstahl und Schlimmeres begehen. Gott will zwar, dass wir ihm gehorchen, aber was er wirklich will, ist eine ganz andere Art von Gehorsam, als den, den so viele praktizieren. Ja, manchmal verlangt Gott Unterwerfung, wie es auch von Satan verlangte. Zum Beispiel befiehlt Gott den Eltern, Kinder für Ungehorsam zu bestrafen, damit Gehorsam zur Gewohnheit wird. Das lesen sie in Sprüche 22, 15, 29, 15 und 17. Aber das ist nur ein Startpunkt für die richtige Art des Gehorsams gegenüber Gott. In Psalm 111, Vers 10 lesen wir, Die Furcht des Herrn ist der Weisheitanfang. Klug sind alle, die danach tun. Hier geht es um mehr als nur um die Furcht vor der Strafe, für die Übertretung eines Gesetzes. Es geht um Respekt und Ehrfurcht vor dem Gesetzgeber. Richtige Furcht führt zu Reife und Weisheit. Gehorsam gegenüber gerechten Gesetzen führt zu Verständnis, was die Achtung vor dem Gesetzgeber verstärkt. Je mehr man Gottes Gesetz befolgt, umso mehr wird man es verstehen. Und je mehr man Gottes Gesetze versteht, desto mehr wird man es lieben lernen. Diese Liebe inspiriert jene Art von Gehorsam, die Gott sucht. In Epheser 6, 5-6 fordert der Apostel Paulus die Arbeiter auf, ihren Chefs zu gehorchen, aber nicht auf irgendeine Art und Weise. Er sagt ausdrücklich, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Mit anderen Worten, gehorchen sie ihrem Arbeitgeber aufrichtig und von ganzem Herzen. An mehreren Bibelstellen gebetet Gott diese Art von Zusammenarbeit mit den Autoritäten in unserem Leben als Mittel zur Entwicklung eines aufrichtigen Gehorsams gegenüber Gott selbst. Das lesen sie in Römer 13, Vers 1-7. Das ist eine tiefsinnige Sache, über die man nachdenken sollte. Bloßer Gehorsam Gott gegenüber macht sie nicht unbedingt besser, als der Teufel ist. Die Frage ist, was geschieht in ihrem Herzen? Gott lobt diejenigen, die von Herzen gehorsam sind. Römer 6, 17 In 5. Mose 10, Vers 12 lesen wir Beachten sie die Abfolge. Gottes Furcht führt zu Gehorsam, der zu Liebe führt, was sie dazu inspiriert, sich zu einem Leben des ewigen Dienstes in Gottes Familie zu verpflichten. Gott will keinen zähneknirschenden, satanischen Gehorsam. Er will freudigen, von Herzen kommenden Gehorsam von seinen liebenden Kindern. Er möchte, dass wir seine Art zu leben genauso lieben wie er selbst. In Psalm 119, Vers 97 lesen wir O, wie habe ich dein Gesetz so lieb! Lernen Sie den Sabbat, Ehrlichkeit, eheliche Treue, den Zehnten und alle Gesetze Gottes zu lieben. Erreichen Sie den Punkt, wo, wenn jemand sagt, du musst den Sabbat nicht halten, es für sie genauso lächerlich klingt wie, du musst dein Lieblingsessen nicht essen. Diese Liebe ist es, die Jesus Christus dazu motiviert hat, seinem Vater zu gehorchen, sogar bis zum Punkt der Folter und des Todes. Diese Tiefe der Liebe und des Gehorsams kann man sich nicht selbst erarbeiten. Sie müssen beten, damit Gott ihnen durch die Kraft seines heiligen Geistes, der mit ihnen arbeitet, helfen wird. Aber je mehr sie Gott und seinen Weg lieben, desto mehr werden sie sich bemühen, ihm zu gehorchen, weil sie es wollen. Und bald werden sie in der Lage sein, mit Gott zusammenzuarbeiten, um die ganze Welt zu lehren, Gottes schönes Gesetz der Liebe zu halten. Heute haben wir einen Artikel von Herrn Joel Hilliker besprochen, den Sie auf unserer Webseite dieposaune.de finden. Ein triftiger Grund, Gott zu gehorchen. Fragen und Kommentare können Sie an info.dieposaune.de schreiben. Besuchen Sie auf unserer Webseite und bestellen Sie dort die kostenlose Literatur Reue zu Gott. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der Sie leben. Mein Name ist Josué Mischels. Bis zum nächsten Mal. Es напрieren Sie Bulgaria. Alles in dernięte Sanfte. Alles in der期間. tänker Ihnen in der Orthodoxen Christiansi. guckraиваем sieusp wishes.